Herzlich Willkommen bei Smite. Wir spielen Jaws gegen 3, 3 gegen 3, so wollte ich sagen, mit, wo ist er, Hardwave, Sag Hallo und Freakmaster. Hallo, warte, warte. Sehr gut. So, was nehmen wir denn mal? Ich fange mal mit so einem schönen Protection-Dingsbobus an. Yippie. Du hast keinen Celebration-Luke, das ist langweilig. Ja, ist ja okay. Tut mir ja leid. Du hast nicht KKK gespielt. KKK ist geworden. Ja, ist glaube ich gar nicht blöd gegenüber. Ich habe mir ja mal sagen lassen, Rotwave, Blauwave ist der Weg. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt, dafür kenne ich mich im Metagaming nicht so gut aus. Ja, gut, kann man machen, ist halt aber immer die Frage. Achso, ihr seid beim Blue, okay. Ja, du kannst den Red schon mal machen. Ja, mache ich auch. Das Praktische ist, ich habe halt dann schon den Mana-Buff und kann auf Lane gehen, weißt du, das lohnt sich dann nicht so wirklich für mich, dann am Red-Buff mitzuhelfen, weil dann mache ich einen Hit drauf, dass ich die XP bekomme und gehe dann mit. Und dann könntest du zu zweit den Buffer. Hallo Poseidon. Schön, dass du in dem Feld stehen geblieben bist. Das ist nackt bei dir. Komm her. Oh nein. Komm her. Oh nein. Er ist dir entwischt. Ja, er hat Angst gekriegt, das ist die Hauptsache. Ja, ich meine, du bist ein Karko-Dämon. Da muss man schon aufpassen. Er kommt aus meiner Seite. Okay. Er ist dann auch... Nein, verdammt! Wir spielen mit dem Bühnen. Ja, komm mal her. Han, du bist eventuell tot. Ich habe dann eventuell die Wave getankt. Ich bin hartrot, ich muss weg. Ist okay, ich töte zwar bei die anderen, also... Okay. Wenn du einen gestankt kriegst, der lowlife ist, dann ist er tot. Nimmst du den Subbukong auch? Nein, den will ich nicht. Okay, dann nicht. Der steht in den Mist, der ist an der Tower. Ja, jetzt. Den will ich nicht. Wollt ihr euch ein bisschen zurückfallen lassen, dann gehe ich von links rein. Äh, ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so die Idee ist gegen eine Tür, weil der schiebt dich sofort weg, schätze ich mal. Wobei der Tür... Hanna, ja, ich habe fürs Defense, also... Einmal... Ich gehe mir einfach mal rein. Vielleicht kriegen sie ja Angst. Hallo. Oh, ja, komm. Fressblatt. Sehr gut. Danke für mein Fressblatt. Komm, den haben wir. Ja, Mann! Exzellente. Oh, so ein Stunt. Kein Mana ohne Mana ist kacke. Ich habe Mana, ich habe Pots. Ja, ich nicht. Aber das wird sich mit der Zeit nicht bessern. Der Tür wird eh gleich von der Seite reinkommen. Deswegen verschwinde ich kurz mal. Ich hab ne Ult. Ja, ich nicht. Und deswegen geh ich jetzt nach Hause. Ja, ist klar. Ja, ich halt das hier alleine. Bin ja auch da. Du hast einen fähigen Maja-Spieler an der Seite. Ja, ich bin klein. Ich falle nicht auf, ne? Stimmt. Psst, wenn du ganz leise bist, dann fällst du nicht auf. So wie Rudi, ne? Wie fällt's auf? Ja, aber er fällt. Nein, er ist ein Val. Wow. Ich muss mal zurück. Willst du mal Ulten? Ja, das ist gut. Äh, da ist... Geh nach Hause. Das war der Klon. Sauber, Leute. Oh, der Chase mich. Stunt her. Oh, 16 Hurt-Points. Welch. Der Poseidon hat Schuhe. Sehr schön. Ich hasse solche Leute. Könnt ihr mal ein bisschen meta-orientierter spielen? Dann würde ich euch auch hinterherkommen. Da kommt, da ist ein Dings, wie er heißt? Son Wukong, genau. Wenn er noch da ist. Ich glaube, der ist back. Oder auch nicht. Der ist nirgends, außer tot. Sehr schön. Man könnte sagen, dass ich gerade ein bisschen Try-Harder, aber darum geht's ja erst mal nicht. Ach, du spielst einen Mainboard, was du da an Try-Harder hast. Ach gut. Wollt auf, hinter dir. Ja, da wollte ich sowieso hin. In der Tür, und? Das war sehr effektiv für ihn, weil er hat Hälfte Leben. Okay, ein bisschen weniger als Hälfte Leben. Ich habe keinen Mana-Han. Du kannst... Ja, du hast... Einfach mal ein bisschen Angst. Du machst denen schon Angst, du bist ein Dämon. Musst du dir immer denken. Ich glaube, die haben jetzt nicht so gerade sehr viel Spaß an ihrem Leben. Vor allem, weil ich schon drei Kills habe. Und Han einen. Komm, du lässt nach. Das ist nirgends. Ich lasse nicht nach, du klärst mir bloß meine Kills. Ich habe keinen Mana mehr. Ich lasse es auslegen. Oh, 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 oh. Sag ich doch, du lässt nach. Na ja. Vorsicht, rückzug. Okay. Luke, jetzt erklär mir mal, wenn du ohne alles eine Poseidon und Dosh, was erklärst du mir jetzt? Äh. Das ist auch der Text richtig. Siehst du, ja. Outer-Attacks. Das wollte ich sagen. Wir sollten... Wir sollten beim Turm bleiben. Wieso? Ich hab's da an und schredet dann jetzt. Witzig, okay, alles klar. Ja, Mann. Wollte ich. Sehr schön. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja. Ich habe auch nichts gehört. Gut, ich gehe mal zurück, weil ich habe keinen Mana mehr. Alle Tür. Ich gehe mal buffen. Komm. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Du darfst sie nur so stark anhütten, sonst kriege ich nie einen Kill. Okay. Dann lasse ich das jetzt. Wobei, die Wave ist... Die ist sehr schmackhaft. Irgendwie... Ist das Game sehr enttäuschend. Vielleicht gibt es einen Mana-Buff. Kann ich den? Ja, ja. Du, ich kann weggehen. Und ich hole mir jetzt dann eh... Die MP5... Die Bambals nur noch so zuregnen. So, erstmal U-Turns. Äh. Wo wir gerade in der Aufnahme sind, da wollte ich ja noch was fragen. Du wolltest doch mal einen Aug-War-Guide mit mir machen, wo wir dann nicht dazugekommen sind, weil du beschäftigt warst. Oh, ja, stimmt. Das ist lange her. Weil du beschäftigt warst. Da ich ihn jetzt schon auf Diamond hab, schon seit er das erste Mal genervt wurde, äh, könnten wir das doch demnächst mal nachholen, wenn du Zeit hast. Ja, das ist genau das Problem, wenn ich Zeit habe. Äh, interessiert daran. Ey, was will der Affe von hier? Auch wenn er jetzt aussieht wie ein Sith-Lord. Weiß das noch lange nicht? Das ist... Ja, ja. Die Seite ist so traurig. Aua. Geh weg von hier. Hol ihn runter, hol ihn runter. Wo ist er hin? Lauf! Los, Mann! Jawohl. Der ist auch noch gestunnt, komm. Nein! Er hat zu... Führt sich Leben op. Komm, jetzt schau' mir nochmal ein bisschen drauf. Komm mal! Nein! Er hat mich... Das gibt's ja wohl nicht. Ich hab's gesehen. Und ich fand's auch schade. Okay, nochmal zurück. Ja, es wird nicht... Lass meinen Tag vor. Hahaha! Doppelstart! Oh, wie geil ist das denn? Deswegen hab ich ja nur bis gepickt, denn den Ümer rein. Plus Naja, die nochmal ein Stun hat. Aber ich muss jetzt weg, ich hab keinen Mana mehr. Äh, du wirst vielleicht... Pass auf, da kommt der Hände hergeblinkt. Wow. Ja, ist ja gut. Ja. Ja, er ist Killgeil. Er ist Dämonentöter-Tür, weißt du. Du bist Killgeil. Das siehst du aber, glaub ich, selber, oder? Schluss, das Problem ist, ich treff meine Autotext im Gegensatz zu dem. Ja, weißt du, was das Problem ist? Lass ihm das retten. Stun? Nice, siru! Natürlich hab ich Stun. Also, Hans, so sehen unsere Games seit neuestem relativ oft aus. Ja. Relativ meistens. Lauf! Mir ist langw... Oh. Ulti? Okay, Ulti. Ja, war gut. Ja, damit haben wir den Tower, würd ich sagen. Ich glaube, die surrendern das, eventuell. Nehme sind Minions dann doch relativ wichtig. Du kannst mich nicht schieben. Du kannst mich... Da ist ein Tin-Fisch. Ein Tin-Fisch, ja. Hans, spreng dich. Ja. Wachst über dich selber hinaus. Kamehameha. Stimmt gleich der Rest hier, ja. Tom, du willst jetzt... Du willst jetzt ein Triple Kill, hab ich gesehen. Ah, da war ein Poseidon-Cripple. Hier? Ja. Äh... Ne, den nimm ich jetzt nicht. Oder? Ne, boh ich ja gar nicht. Das ist Quatsch. Du hast da noch Tom. Der... Der mag Kills. Das steht auch in seinem Profil. Ey, nur wenn ich auf Stuhl 5 mehr Kills habe, das ist die meisten auf Stuhl 4 8. Das hat nix zur Sache, ja. Nein, das ist einfach nur ein feststehender Fuck. So, den Tower, den haben wir. Der Tower ist grad wichtiger, aber deine Greeniness wird obsiegen. Ich hab keine Lust auf den Weg. Geh doch weg, Alter. Ja, Mann. Er nimmt ihn noch mit. Oh. Ja, ist ja gut. Jetzt kommt es dann. Kommt gar nichts, aber... Lass... Doch, 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 komm, Boss. Och nö, jetzt kommt es. Lass meinen Tank entfrieden. Du kriegst den vielleicht? Eventuell? Ne, ne, ne. Also ich nicht. Oder? Ich krieg den, ja, aber... Ich meinte die Tür, aber... Der läuft wahrscheinlich zurück oder cold back. Das ist ein Sunblockong. Er hat... Er hat Schaden im Gesicht. Ja, schade für ihn. Ja, ich würde dich auch blame dafür. Du wirst erst mal reportet. Ja, nur... Oh, er ist weckedurcht. Da sterbt keine Lust mehr auf mich. Du sollst ihn keine Angst machen, sonst kann ich sie nicht mehr töten. Oh, mal links, links Speedpuff? Ja, ist deiner. Ne, ich brauch den nicht. Ja, ich brauch... Die nimmt jetzt einfach einen Spuff. Gut, okay. Also, neunte... Fast zehnte Minute und diese Items. No problem. Oh, nö, das ist ein Pussy-Dum. Der nimmt jetzt den Speedpuff. Ja, ich mein... Ich sag's doch immer in meinen Videos, die nie erscheinen, weil ich zu voll bin, sie hochzuladen. Ja. Out-Attack-Ümir. Das ist ein Ding. Äh... Das stimmt. Ich hol auch gleich den Rapper. Hau ihn nochmal. Schade. Oh, ich wollte ihn für Aegis drücken und outplayen. Was ist denn hier los? Hab ich ein Disco gelegt oder was? Ich hab's ein Brustproblem. Ja, da war der Phoenix. Der wollte irgendwie nicht weg. Rechts, äh, links liegt ein Redpuff, wenn ihr wollt. Ja, ich bin grad AFK. Okay. Also, away from life. Ohne K. Ja, ohne K. Okay. Ja, ich weiß, dass away from keyboard mit K geschrieben wird, aber live, da ist bestimmt auch irgendwo ein K drin. Du bist Legas Telika, das zählt. Telika? Vogel wird ja auch mit F. Telika, ja. Du bist Legas Telika, weißt du das nicht? Oh, geil. Ach, stimmt. Da warst du gar nicht in meiner Klasse. Das war... Voll letztes Jahr. Voll letztes Jahr, klasse. Ich war auch noch nie in deiner Klasse. Ist dir aufgefallen, oder? Oh, Leute. Ist zwar... Ja, ist ja gut. Aber die hassen dich deswegen trotzdem. Ich mein... Oh, Tom. Oh, das ist fast. Freeze. Wo seid ihr? Ich hab auch nicht für alles Zeit. Away from... Nach K-Board. So, jetzt... Ja, man. Laser ihn weg. Sun Wukong! Please! Warum habt ihr alle Schuhe? Ich hab Blink. Ich wär ihm nachgekommen. Ich hab noch keinen Blink. Sorry. Ich hab doch noch nicht so viel Geld. Das weißt du doch. Ja, deine Items sagen mir was anderes. Tut mir leid. Ja. Siehste mal, ich hab eine Kaufsucht. Ich muss erst meine Items fertig kaufen, bevor ich meine Items kaufe. Komm her und du wirst direkt... Komm. Ich hab... Geh weg. Ich... Ich warne dich. Ich hab einen Zauberstab und der tut weh. Du wolltest es nicht hören. Der ist irgendwie ein bisschen tanky. Ach. Wie bist du da jetzt draufgekommen? Not sure. Das kann sein, dass er einen Gem... Ne, egal. Er hat. Okay, ich... Ich konzentriere mich wieder. Okay. Wir können das Game gleich finishen. Okay. So, meine Freunde. Ich hab jetzt auch Blink. Du solltest... Ja, genau den da. Sehr schön. Den kannst du jetzt noch ulten. Ulte habe ich. Ich ulte. Erstmal. Oh, fuck. Ja, keiner pullen. Das ist einfach jetzt. Dieser blöde Affe. Es ist ein... Er ist kein Affe mehr. Er ist ein Sith Lord. Weißt du, er ist zur bösen Seite gewechselt. Hau ab. Ah, du was. Ja, du was. Ich weiß, du kannst es. Glaub an deine Träume. Okay, jetzt dürfen wir nicht mehr verkacken. Das ist gerade ein bisschen traurig. Warum kaufen die sich eigentlich alle gegen mich Defense? Das finde ich voll unfair. Das können die... Ja, die machen es halt so wie ich, Luke. Das können die doch nicht machen. Ja, du kaufst in einem One-on-one. Also eher in einem Two-on-one. Dann kaufst du einfach viel Defense-Items gegen mich und ich durfte nicht Anubis spielen. Ja, das war nicht fair. Nein, du durftest nicht Anubis, nicht Aokwang, nicht... Was sagst du? Nicht Kali. Nicht den Asylantengott. Nicht den Asylantengott. Wer ist denn der Asylantengott? Apooch, der wird mit Leichen. Das sind seine... Direkt nach dir oder vor dir. Auf jeden Fall ziemlich zeitgleich. Ich habe die Ausrede... von den Stats. Was siehst du? Sex, sex, sex. Sexy! Oh mein Gott, confirmed. So, Leute, jetzt kommen die Koreaner-Plays. Ich habe Flash. Ich töte jetzt irgendeinen von denen. Aber ich gehe nicht... Irgendwer ist nach rechts rübergegangen. Ja, der Damage-Buff, der mir gehört. Oh, ist das Poseidon? Du siehst einen Kill. Kann das sein? Komm ich doch mal mithin. Na, verdammt, das Falsche. Aber den kann man trotzdem nehmen. Jetzt hör auf, wegfliegen! Das wird wohl nix. Nein, das wird nix. Aigis! Verdammt. Wow. Er ultiht mich halt instant. Die sind so tanky. Und die laufen von mir weg. I'm free. Ja. Also ich habe eine Idee. Nächste Runde spiele ich einfach Geht. Na, du? Boah, Alter. Ja, sorry. Poseidon ist ein Hearth-Counter gegen mich. Aber ich gehe jetzt nicht mehr rein. Wir sollten vielleicht mal Undertower fahren. Han, du musst irgendwie da raus. Ja, ich weiß. Okay, Leute. Konzentration. Wir gehen jetzt nicht mehr stumpf rein. Weil das ist stumpf. Wir sollten vor allem zusammen machen. Ja. Tom geht aber immer. Der ist viel zu greedy. Ja, ich sag dir immer, als erstes geht. Okay, zusammen also. Ich hole mir jetzt nochmal... Guck, das meine ich. Die schiebt sich alle durch die Gegend. Ja, das war eine kluge Idee. Ja, du bist jetzt ja wieder da. Also ich bin noch vier Minuten tot. Äh, vier Minuten. Du bist noch vier Minuten tot. Wir warten jetzt auf Naja. Und vorher machen wir gar nichts. Ich will... Ich will Ansprüche erheben. Hopp. Du willst so Dinge... Es steht 1616. Wie konnte das passieren? Hier, Speedbuff, komm. Den können wir uns holen. Ja, kannst du hören. Der bringt mir halt. Nischt. Ich hab mein Tag Speed von... Eins. Oh, Luke, du hast unglaublich jetzt elf Gold bekommen. Ja. Krass, oder? So, jetzt reicht es aber dann. Jetzt ist die Wave. Das ist ja easy. Welche Wave? Ja, genau. Ich hab keine gesehen. Sind wir jetzt alle da? Ja, sehr schön. Ja. Die machen irgendeine Waffe gerade. Ich glaube rechts. Ja. Nee, da waren sie schon. Ich glaub links. Ja, lass nochmal ein paar Passivistik. Achso. Da ist der... Der Herr Tür... Nee, da sind sie alle in der Mitte. Komm. Ich will die nicht. An. Hast du blinkt? Nein. Aber ich kann auch versuchen, ob ich einen rauskriege. Du bist nicht Hörg. Du kannst dich pullen. Auch wenn du es so sehr möchtest. Nein, ich wollte sagen, mit der Mauer aussperren. Achso, ja. Der Poseidon war nicht schlecht. Ja, der... Wenn er schlau ist und das ist er, glaub ich, hält er sich hinten. Er ultiert halt instans. Nein. Nein. Er ist überall raus. Passt euch auch, ey. Jetzt haut sie kaputt. Ihr bleibt hier. Komm. Der haut ab. Der ist zu schnell. Nein, ich krieg's nicht. Ja, doch, okay. Jetzt so Global Old. Tom, du bist so langsam. Du hast keine Schuhe. Hieso hast du keine Schuhe? Ich hab der Mensch, das reicht. Ja, ich hab verstanden. Aber es gibt doch damit Schuhe. Ja, Schuhe, komm jetzt gleich. Nach dem Titan Spain. Nach dem Titan Spain. Na gut. Pass auf, ich kauf mir jetzt gleich einfach nochmal Attack Speed und Lifesteal mit dem Ischewels. Äh, ein Achilles. Und dann schreit er ich die. Poseidon, ey. Hau doch ab. Hat der Poseidon einen Gem? Ja. Ja, hat er. Deswegen. Ja. Genau, deswegen komm ich auch mal aus ihm nicht raus. Und im Übrigen kann man Aegis nicht mehr in seiner Ult einsetzen. Das haben sich vor ein paar Patches geändert. Also, du kannst den Cripple nicht mehr mit Aegis. Hm. Recap. Die müsst ihr jetzt einfach zu mir herlocken, okay? Ja. Das schafft ihr nicht. Du bist gepult und bist tot. Warum sind sie alle tanky wie das letzte Stück Scheiße? Richtig. Nein, man. Also, ich bin ja noch Anubis Main. So lasse ich mich nicht ballern. Ich habe Aegis ab, Freunde. Der gepflegten Unterhalter. Ich mach eben schnell das Ding da. Machst eben schnell das Ding da, ja, okay. Dann war das noch kurzes Gold. Ich hab gehört, das hat mich angemacht und... Wollte... Äh... Kuscheln mit... Weiß nicht, mein Wind ist... Tauberstab. So, eigentlich finishen? Wenn du kannst. Versuch, klar. Hauptsache, wir haben ja Flaming Minions, dann geht das etwas voran hier alles. Hätte er mich nicht während des Ult gekillt, dann hätte ich ihn gekillt. Ja, dann macht es auf dich und dann... Das war jetzt schade, weil ich hätte es halt wirklich gefinisht, hätte er mich nicht geultet. Ich mach dir hier schon mal einen Damage-Buff, obwohl... Den nehme ich wahrscheinlich sogar selber. Ja, mach das mal. Ich hab Elixir of Power. Wenn euch langweilig ist, kann da ja mal sneaky einer reingehen und finishen. Ja, ich mach das nicht. Warum nicht? Du bist Ymir und... Weil ich keinen Schaden mache. Aber du bist Ymir und... Ymir ist Ymir. Äh... Hang kaputt. Ich komm von hinten mit dem Stun. Mhm. Hallo. Mhm, Tom hört gar nicht zu. Ja, leck mich, ey. Genau. Tom, da ist ein Kraken. Genau der Kraken. Hast du den gemeint? Ja, den. Poseidon geht in die Mitte... Nee, er zieht sich links zurück. Okay. Äh, ich geh jetzt einfach rechts durch. Ist das okay? Ja. So, jetzt haben wir Flaming Minutes. Haben die ganze Zeit Flaming. Geht doch was hier. Du musst pushen. Ich kann dann. Ja, versuche ich. Du, du musst dich einfach nur davon abhalten, dass sie mich nicht töten, ja? Ach, das ist doch klick. Ich beschäftige hier. Pass auf, äh, Tür geht nach links. Nee, ist er wieder hier. Okay, ja, toll. Hör auf! Danke. Oh, das Leben euch wieder. Echt krass! Nice job! Cool. Schöne Idee. Ja, das war mein Plan. Es hätte auch schon beim ersten Mal funktionieren können, hätte man mich nicht gedämpft. Das habe ich nicht gesehen. Alles klar, ja. Nice job und so. Ja, gut. Schönes Video. Wir haben gefinisht. Wir wollten es nur ein bisschen spannender machen. Genau. Ich bin esFRin. Binge, mein hier ist fix.